Hey Siri, erzähle einen Witz. Zwei Bibel sind in Seenot in einem Holzboot. Sagt der eine, ich komme ungern auf dieses Thema, aber ich habe Hunger. Ja, ich glaube wir belassen die Siri Stimme einfach dafür, dass sie einfach weiter die Spenden vorliest. Ich glaube da ist sie besser aufgehoben. Und damit erstmal herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP, der gerade zum 862. oder 863. Mal sagt, ja hallo und herzlich willkommen liebe Freunde hier zu einer, weil das die 863. Folge ist. Ich glaube immer mehr, dass wir die 1000 Folgen in diesem Format knacken werden, was ja eine mega krasse Sache wäre, weil damit ist es offiziell, ne es ist sogar aktuell das zweitlängste Format auf meinem ganzen Kanal, was die Folgenlänge anbelangt. Also wie viele Folgen es gibt, weil auch das Faktenformat pendelt so bei roundabout 600. Und damit ist Hogwarts Mystery jetzt schon quasi auf dem zweiten Platz, direkt hinter, genau, Let's Build Hogwarts mit über 1600 Folgen. Ach ja, also dass es auf meinem Kanal keine Konstanten geben würde, kann man glaube ich am wenigsten sagen. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Leute, ich drifte ab. Wir sind hier immer noch in Hogwarts, logischerweise, weil das Hogwarts Mystery ist. Und sind immer noch beim zeitlich begrenzten Nebenevent, hier bei Aufgabe 1 von 4 von Teil 3 von 4. Und müssen als nächstes in die große Halle gehen, wo wir auch schon direkt davor stehen. Und ich würde sagen, gehen wir mal rein und trainieren mal mit unserem Schachtteam. Let's go. Hallo, hi Tolbert. Ich arbeite an einem neuen Gedicht. Es heißt Mittagszeit in Hogwarts. Okay, cool. Ja, nice. Hallo, Merula. Solltest du nicht Zauberschach spielen oder so, Granger? Solltest du dich nicht irgendwie um R kümmern? Und böse Machenschaften aushacken und so weiter und so fort? Ja, der habe ich es gegeben, Leute. So, Hallöchen Jay. Danke, dass du mir vorhin geholfen hast, mich vor dem Nachsitzen zu drücken, Daniel. Du bist ein wirklich erstklassiger Freund. Äh, ja, also, nein, ich habe dich, ich, nein, ich habe dich nicht bei Minerva McGonagall verpfiffen, Jay. Das war Murphy, böser Murphy. Will noch jemand mit mir reden? Hallo? Nö, offensichtlich nicht. Okay, dann wollen wir mal. Ich habe wunderbare Neuigkeiten, Leute. Murphy und ich haben Brian Gagwells der Mistelkönigin gefunden. Oh, und sie sind so schön Gold, während alle anderen so Loser-Dinger haben. Meine sind einfach Gold, Leute. Gold! Ähm, sie ist wunderschön, Daniel. Wo habt ihr sie gefunden? Wir haben die Königin von Aberforth Dumbledore im Eberkopf bekommen. Jetzt haben wir endlich genügend Zauberschachfiguren für uns alle und können mit dem Training anfangen. Genau, wir haben jede Menge Arbeit vor uns. Und ich gehe davon aus, dass ihr beide die Literatur über Schachtheorie gelesen habt, während ich mit Daniel unterwegs war. Das kannst du vergessen, Murphy. Diese langweiligen Bücher könnten mir alle höchstens beim Einschlafen helfen. Und ich habe versucht, sie zu lesen, Murphy. Ganz ehrlich. Aber ich fand sie ziemlich verwirrend. Das Turnier findet bald statt. Sehr bald. Und wir haben nicht mehr viel Zeit, um dieses Team in Form zu bringen. Dann sollten wir loslegen. Lasst uns das tun, wozu wir hier sind. Um Zauberschach und Zauberschach. Ich kann nicht mehr lesen, aber ich habe heute ein paar Folgen aufgenommen. Jetzt sprichst du meine Sprache, Daniel Granger. Für unser erstes Spiel wird Tulip gegen Murphy antreten. Und bei dir, du wirst gegen mich spielen. Okay, Leute. Dann wollen wir... Ja, genau. Jetzt kommt eine 8-Stunden-Aufgabe. Okay, let's go. Ich meine... Wow, geile Kamerafahrt. Das war aber fancy, ey. Hogwarts Mystery. Da hattet ihr aber ordentlich Koffein im Kaffee, wat? Äh, ja. Äh, was wollte ich sagen? Ähm, ähm, ähm. Ja, genau. War ja die erste... Oder ist ja die erste 8-Stunden-Aufgabe. Ich denke, das kann man noch gerade so verzeihen. Tue ich auch. Und in diesem Sinne, bis gleich, Leute. Wow. Ich habe sogar noch ein paar Energiepunkte übrig. Ich bin beeindruckt. So, nochmal beraten. Und damit haben wir die Aufgabe. Gemeistert und kriegen eine Schokofroschkarte. Dankeschön, Spiel. Irgendetwas stimmt nicht. Die Schachfiguren weigern sich zu kooperieren und unseren Befehlen zu folgen. Es liegt an unserer neuen Königin. Die Bauern sind wütend, weil sie sie all die Jahre im Stich gelassen hat. Ich wäre auch wütend, wenn ich einer dieser Bauern wäre und sich die Königin so arrogant geben würde. Aberforth hat uns gewarnt, dass Brian Gagwells Zauberschachbrett nicht einfach zu beherrschen ist. Wir müssen einen Weg finden, um diese Figuren zur Zusammenarbeit zu bewegen. Und zwar schnell. Ganz deiner Meinung, Daniel. Aber Gagwells Figuren sind nicht die einzigen, die Probleme mit der Zusammenarbeit haben. Tulip hat keinerlei Respekt für die grundlegenden Schachtheorie. Und Bedia macht immer noch Anfängerfehler. Ich bin diesem Team beigetreten, um Zauberschach zu spielen. Und nicht, um herumkommandiert zu werden und dämliche Theoriebücher zu lesen. Dämliche Theoriebücher? Damit du es weißt, diese Bücher wurden von den größten Genies in der Geschichte des Zauberschachs geschrieben. Ich weiß nur, dass dieses Team nicht das ist, was ich mir vorgestellt hatte. Und darum bin ich raus! Tulip, warte! Bitte, bitte geh nicht! Oder hol Penny her! Kannst du Penny holen? Ich sag's nur ungerne. Aber ich glaube, Murphy hat recht. Ich mache immer noch einfache Fehler und bremse das Team aus. Vielleicht habe ich doch nicht das Zeug zu einer Zauberschachspielerin. Es tut mir leid, Daniel. Aber ich bin auch raus. Bring Penny vorbei? Eventuell? Tschüss. Nun, das ist ziemlich schnell aus dem Ruder gelaufen. Das ist alles meine Schuld, Daniel. Und jetzt ist unser Team im Eimer. Genau wie Professor McGonagall es vorhergesagt hat. Vielleicht hätte ich den Mund halten sollen. Aber ich war nur ehrlich. Glaubst du, es war falsch von mir, meinen Frust Luft zu machen, Daniel? Ehrlichkeit ist wichtig, auch wenn sie schmerzt. Ich wäre etwas feinfühliger. Daniel und Feinfühligkeit? Wovon träumen die nachts? Es war richtig von dir, deine Meinung zu sagen, Murphy. Es ist wichtig, ehrlich zu sein, auch wenn die Wahrheit schmerzt. Schön, dass wir uns darüber einig sind, Daniel. Aber es ändert nichts daran, dass unser Team im Eimer ist. Es tut mir wirklich leid, dass sich Tulip und Bedia wegen mir schlecht fühlen. Ich wünschte, ich könnte ihnen das irgendwie sagen. Aber nach dem, was gerade passiert ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass keiner von ihnen im Moment mit mir sprechen möchte. Keine Sorge, Murphy. Wir haben immer noch Zeit, um die Sache auszubügeln. Ich habe Professor McGonagall versprochen, dass wir dem Druck nicht nachgeben werden. Und dieses Versprechen werde ich auch einhalten. Ich werde versuchen, die Wogen mit Bedia und Tulip zu glätten. Vielleicht kann ich dazu über... Äh... Vielleicht kann ich sie dazu überreden, dem Team wieder beizutreten. Ja, da bin ich mal gespannt, ob der Angel Granger das schaffen wird. Ja, mit Bedia sprechen. Jetzt können wir darüber reden, was vorgefallen ist. Komm in den Innenhof. Alles klar. Da wollen wir uns auch nicht zweimal drum bitten lassen, Leute. Deswegen ab dafür. Hallöchen, Leute. Und hallo, Mr. Filch. Wenn Mrs. Norris und ich je herausfinden, wer das ganze Schulgelände mit diesen Plakaten vollgepflastert hat, dann gibt es Ärger. Alles klar. Nett. Hallo, Diego. Wenn Diego Kappler niedergeschlagen ist, dann tanzt er, bis er sich besser fühlt. Okay, cool. Interessiert mich nur leider nicht. Hallo, Liz. Bedia scheint unglücklich über etwas zu sein. Du solltest mit ihr reden, Daniel. Warum immer ich? Ich habe einfach null Empathie und bin voll abgehoben und ein Arschloch, aber ich bin immer der Blöde, der das regeln muss, ey. Hi, Bedia. Ich bin's, Daniel Granger, der einzig wahre. Hi, Bedia. Du warst ziemlich wütend, als unser Training vorhin... Als du vorhin unser Training verlassen hast. Genau. Murphy hat ein schlechtes Gewissen, weil er so gemein zu dir war. Und wir hatten gehofft, du würdest es dir noch einmal überlegen. Ich wollte dich fragen, ob wir vielleicht wieder Freunde sein können. Was? Die hat die Freundschaft quittiert? Deswegen? Mir? Obwohl Murphy das gesagt hat? Alter, ist das aber eine dünne Freundschaft. Das weiß ich zu schätzen, Daniel. Aber ich befürchte, dass alles, was Murphy gesagt hat, stimmt. Ich gebe mir Mühe, seine Strategie-Tipps zu folgen. Und ich habe versucht, die Theorie-Bücher zu lesen, die er uns empfohlen hat. Aber in Wirklichkeit habe ich immer noch Schwierigkeiten mit den Grundlagen. Was Zauberschach angeht, ich schaffe es einfach nicht, das Spiel so zu sehen wie du und Murphy. Nun, vielleicht solltest du nicht versuchen, das Spiel so zu sehen wie wir, Bedia. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, das Konzept zu verstehen, weil es nicht das ist, wonach du suchst. Das Konzept. Ich weiß nicht so recht, ob ich verstehe, was du meinst, Daniel. Ich glaube, ich habe gerade einen ziemlich kreativen Weg gefunden, um dir zu helfen, Zauberschach zu verstehen, Bedia. Lasst uns um deine Malerleinwand herum zusammenkommen. Dann werde ich alles erklären. Okay. Na gut, da ist so eine Art Schachfeld drauf. Vielleicht, lol, keine Ahnung, Leute. Lasst uns mal schauen, was die jetzt hier vorhaben. Äh, okay. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Also, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass er das anhand des Bildes jetzt irgendwie erklären will. Ob das stimmt? Wir werden es gleich erfahren. Auf nimmerwiedersehen, ihr Energiepunkte. Ich hatte euch so gern, jetzt seid ihr nicht mehr da. Und ich weine ganz bedauerlich in meine Hände. Ey, das hat sich sogar gereimt. Habt ihr das gehört? Leute, bitte einmal rauskarten, als Clip hochladen und hier, ne? Mega, ich werde ein Star. So, jetzt ein paar Münzen einsammeln und weiter geht's. Wow, jetzt wird mir auf einmal alles klar. Ich wollte unbedingt Zauberschach so lernen, wie Murphys spielt. Mit Strategie und Statistiken. Aber dank dir habe ich verstanden, dass es eine andere Herangehensweise gibt. Und zwar, indem ich meine Fantasie einsetze. Genau bei dir. Stell dir das Schachbrett als Leinwand vor, die sich mit Farbtupfern füllt, während du spielst. Okay, das klingt nach meinem Element. Und nachdem du mir geholfen hast, das Spiel auf eine andere Art zu sehen, fühle ich mich so langsam selbstbewusster, was Zauberschach angeht. Das ist großartig bei dir. Bedeutet das, dass du dem Team wieder beitreten wirst? Ja, ich glaube schon. Du kannst dich auf mich verlassen, Daniel. Das sind tolle Neuigkeiten. Tulip wird allerdings etwas schwerer zu überzeugen sein. Sie war ziemlich angefressen nach ihrem Streit mit Murphy. Außerdem haben wir deine Schachfigur noch nicht wirklich unter Kontrolle. Keines dieser Dinge wird einfach bei dir. Aber überlass das... Nur mir. Dem geilen Daniel. Ich werde jetzt mit Tulip sprechen. Wenn ich sie überreden kann, unserem Team wieder beizutreten, dann sind wir dem Turnier einen Schritt näher. Ja, Leute. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und ob wir Tulip jetzt auch noch überzeugen können, das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Aber, ja. Solange sie nicht irgendwie Dennis auf mich loshetzt, ist, glaube ich, alles gut. Mal sehen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und ach so, ich lese das in der Regel immer vor, ne? Ich bin im Artefaktraum, falls du mit mir reden möchtest. Aber komm auf eigene Gefahr. Okay, jetzt habe ich noch mehr Angst. Gut, dass ich das gelesen habe. Ja, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht euch einen schönen Tag. Und bis dann. Tschau zusammen.